Emmanuel Macron besucht heute die Universität in Lausanne und das CERN in Genf. Am Abend beendet er seinen zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz. Emmanuel Macron setzt am Donnerstag seinen zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz fort. Der französische Präsident wird zusammen mit Bundespräsident Alain Berset in Lausanne erwartet, um an der dortigen Universität über Europa zu sprechen und anschließend im CERN bei Genf über Wissenschaft. Nach einem Besuch der Jean Monnet Stiftung auf dem Campus der Universität Lausanne wird Macron im Auditorium Amphimax an der Seite von Berset einen Vortrag über die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen für Europa halten. Der Franzose Jean Monnet gilt als Wegbereiter der europäischen Einigung und als einer der Väter der heutigen Europäischen Union. Die gleichnamige Stiftung mit seinem persönlichen Archiv hatte er 1978 gegründet. An der Universität Lausanne wird der französische Präsident vom Wattländer Bildungsminister Frédéric Borlos, dem Stadtpräsidenten von Lausanne-Gregoire Junot, dem Universitätsrektor Frédéric Hermann und der Präsidentin von Swiss Universities Luciana Vaccaro empfangen. Bereits angekündigt wurden in sozialen Netzwerken Proteste von Studierenden. Aus Sicherheitsgründen soll das Gelände deshalb weiträumig abgeriegelt werden. Am Mittag werden Macron und Berset im Hotel Borivage Palace am Genfer See essen gehen, wo sie auch mit Wirtschaftsvertretern zusammentreffen. Ein Sonderzug wird die beiden danach zum Flughafen Genf bringen. Von dort aus werden sie zum Forschungszentrum CERN Organisation Europin Pur la Recherche nu CLR in Meiren fahren, wo sie unter anderem vom Genfer Regierungspräsidenten Antonio Hodgers erwartet werden. Geplant sind ein Besuch des Lloyd Chadron Collider, LHC, des weltweit größten Teilchenbeschleunigers sowie eine Diskussion mit jungen Forschern aus der Schweiz und Frankreich. Laut dem offiziellen Programm werden Macron und seine Frau Brigitte am Donnerstag um 17.30 Uhr mit dem Präsidentenflugzeug Genf Richtung Paris verlassen.